Wir sind noch beim Teil der Al-Asma wa Sifat, der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas. Wir haben im letzten Darst über einige Punkte gesprochen. Zur Wiederholung nochmal eine Erinnerung in Form von Fragen. Die Namen Allah Ta'alas, sind sie in einer bestimmten Anzahl beschränkt? Nein, wir haben gesagt die 99 Namen der Hadith. Wer diese auswendig lernt, der wird in das Paradies eingehen. Auswendig lernen nochmal in Klammern. Wir sind noch nicht dazu gekommen, das zu erklären, was damit gemeint ist. Wir haben gesagt, damit ist nicht gemeint, dass er nur 99 Namen hat, sondern 99 Namen, die diese Funktion oder diese Eigenschaft haben. Heute wollen wir mit einem Schritt weiter gehen in diesem Thema. Und zwar, wir können das Thema benennen, kurz und knapp, der Umgang der Ahle Sunnah mit diesen Namen und Eigenschaften. Genauer gesagt, nur aus einer Perspektive betrachtet, was muss in dem Umgang mit diesen Namen und Eigenschaften gemieden werden. Es gibt vier Dinge. Vier Dinge, die in dem Umgang mit den Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas gemieden werden müssen. Die nennen sie Al-Mahzurat, Al-Arba'a. Über die wollen wir uns heute unterhalten, definieren, Beispiele nennen und so weiter. Grundsätzlich die Akzeptanz der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas, die Akzeptanz der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas bedeutet, es bedeutet die Anerkennung und Überzeugung darüber, dass Allah Ta'ala die Gesamtheit jeglicher Vollkommenheit zusteht und dass er frei ist von Makel und Defizit. Das ist das allgemeine Konzept der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas. Hierin widerspricht auch keiner. Also in dem Konzept, in diesem Ausmaß, in dieser Art und Weise widerspricht auch keiner. Weder die Mufawwüder, die Mufawwüder sind jene, die die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas ihnen keine bestimmte Bedeutung zuschreiben. Oder die Mufawwüder, die die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas uminterpretieren. Darin sind sich alle einig. Oder nicht? Das allgemeine Konzept, dass man sagt, Allah Ta'ala steht jeglicher Vollkommenheit zu und er ist frei von jedem Makel und Defizit. Das Problem entsteht aber erst, wenn man die Materie etwas detaillierter angeht. Meistens ist es so, dass im Bereich der allgemeinen Aussagen keine Probleme existieren. Aber wenn man dann in die Tiefen schaut, in die Details und in die Facetten, dann entstehen teilweise diese Probleme. Der ordnungsgemäße Iman an die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas erfordert die Meidung von vier Punkten. Das erste nennen die Ahle Al-Ilm Was ist hiermit gemeint? Welche Arten des Ta'uil gibt es? Gibt es einen korrekten Ta'uil? Einen nicht akzeptablen Ta'uil? Hat er noch andere Namen? Das sprechen wir jetzt als allererstes hier an. Der Ta'uil, hiermit ist, also sprachlich bedeutet der Ta'uil einfach etwas uminterpretieren, etwas interpretieren. Awwalashay, ju awwiluhu, das heißt, etwas uminterpretieren. Im negativen Sinne nennt man ihn auch Ta'uil. Weil das Wort Ta'uil hat eine Konnotation, die positiv ist, nicht unbedingt negativ. Während das Wort Ta'uil eine negative Konnotation hat. Deswegen benutzt Allah Ta'ala das Wort Tahrif immer nur im negativen Sinne. Wie zum Beispiel in der Aussage, yuharrifun al-Kalima amma wadi'ihi. yuharrifun al-Kalima amma wadi'ihi. Hier spricht Allah Ta'ala die Ahle Al-Kitab an. Sie, 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 vertauschen die Wachta. Vertauschen die Wachta. Was ist chariatisch mit dem Ta'uil gemeint? Wie gesagt, ihr müsst euch vor Auge halten, wenn wir diese Definition anführen, dass das Wort Ta'uil im Allgemeinen nichts Negatives ist. Es kann negativ sein, kann aber auch positiv sein. Die Usuliyun, also die Usul-Gelehrten, die sich mit dem Usul-Fuq beschäftigen, weil sie behandeln sozusagen die Ausdrücke des Korans, wie man was darunter versteht, was für eine Deutungsmöglichkeit, Deutungsmöglichkeit einen Ausdruck hergibt usw. Das ist alles im Bereich der Usul-Wissenschaftler, nicht der Fuqaha. Da gibt es die Usuliyun sagen, der Ta'uil bedeutet, Dass man ein Wort, ein Wort, also ein einziges Wort oder ein Satz, also ein Wort innerhalb eines Satzes, von der vordergründigen Bedeutung wegbewegt zu einer hintergründigen Bedeutung aufgrund eines Delels. Ein Wort hat eine vordergründige Bedeutung und wir bewegen dieses Wort oder den Satz von seiner vordergründigen Bedeutung weg zu einer hintergründigen Bedeutung wegen eines Delels. Ich gebe euch dafür ein einfaches Beispiel. Wenn ich sagen würde, Ra'ay tu asa dan, Yasu ku sayyara, auf Deutsch, Ich habe einen Löwen gesehen, der Auto fährt. Löwe wird ja, also es gibt ja einmal eine tatsächliche Erstbedeutung, nennen wir sie so, Erstbedeutung eines Begriffes. Das ist Löwe, das Wort al-Assad, für dieses Raubtier, richtig? Da je war aber umgangssprachlich, metaphorisch wird es auch für den mutigen Mann benutzt, beispielsweise. So, hier haben wir ein Indiz dafür, dass mit dem Wort Löwe nicht das Raubtier gemeint ist. Das Indiz ist hier was? Hm? Das Auto fährt. Das ist ein Delil, ein Indiz. Ein Indiz. Das ist der Ta'wil. Nun, der Ta'wil im negativen Sinne, daraus können wir dann auch gleich verstehen, wann der Ta'wil negativ ist, wenn es keine berechtigten Gründe gibt oder Adillah, keine Adillah gibt, die für die hintergründige Bedeutung sprechen. Oder das Wort hat gar keine hintergründige Bedeutung. Das werden wir gleich verstehen, inshallah. Die Ausdrucksklarheit ist nämlich auch ein Faktor, den man beachten muss beim Ta'wil. Es gibt Ausdrücke, die sind wie die Sonne klar. Das nennt man, im Usul-Virch nennen sie das Nas. Nas heißt, Ausdrücke, die in ihrer Bedeutung so klar sind, eindeutig nicht interpretierbar. Die kann man nicht interpretieren. In diesem Fall wäre der Ta'wil unzulässig. Oder er hat zwar eine hintergründige Bedeutung, der Begriff, aber es gibt keinen Delil dafür, der an dieser Stelle, in diesem Kontext, dafür spricht, dass hier nicht die vordergründige Bedeutung beabsichtigt wird. Damit wir aber den negativen negativen Ta'wil mit einbeziehen, weil darum geht es in diesem Unterricht, wollen wir ihn einfach mal Tahrif nennen, so wie es Allah Ta'ala im Koran nennt. Yuharrifuna al-Kalim amma wa-di'i Tahrif Veränderung Veränderung der Worte Dajibun, diese Veränderung hat zwei Arten, wir können sie einteilen in zwei Kategorien. Tahrifun Lawzi, das heißt wörtliche Veränderung Tahrifun Ma'nawi die Kategorie Nummer zwei inhaltliche Veränderung, Bedeutungsveränderung. Dajibun, eine Frage an euch, wörtliche Veränderung des Korans, möglich? Dajibun, wörtliche Veränderung der Sunnah? Dajibun, bei der Sunnah muss ich beim Koran kann ich mir denken, dass der eine von euch da ein bisschen grübeln muss, aber der Sunnah ist offensichtlich, gibt es nicht gibt es nicht erlogene Hadith erlogene Hadith gibt es, oder? Tajibun, also ist die Veränderung, wörtliche Veränderung möglich. Tajibun, beim Koran kann man grübeln. Wir sagen, Allah Ta'ala sagt, wir haben die wir haben die Ermahnung herabgesandt und wir werden sie behüten. Tajibun, das bedeutet aber nicht, dass es keine Versuche gibt oder dass man das machen kann, es wird tatsächlich gemacht, aber es wird aufgedeckt. Es bleibt nicht unaufgedeckt, sodass es sich mit dem wahren, echten Koran vermengen kann und der Fehler bleibt unaufgeklärt. Das geht nicht. Das geht einfach gar nicht. Aber es gab diese Versuche, zumindest wird es überliefert, dass einige, und das zeigt uns, wenn diese Überlieferungen tatsächlich authentisch sind, dann zeigt es uns, wozu ein Mensch seinen fanatischen Standpunkt manchmal bringen kann, wenn er sieht, dass seine Auffassungen nicht in Einklang zu bringen sind mit gewissen Texten. Man muss natürlich sagen, selbst der Bahtrill, selbst die falschen Ansichten können durch allgemeine Texte, allgemeine Passagen gestützt werden. Wenn dann aber spezifische Texte auftauchen, spezifische, eindeutige, definitive Texte, wo man dann sieht hier, das steht in Kontroverse mit dem, was ich eigentlich denke oder dachte. Der Fanatismus kann dann dazu führen, dass man ganz unanseelige Sachen begeht. Es wird überliefert, ich sage mal erwähnt, nicht überliefert, weil der Ausdruck überliefert ist etwas spezifisch. Es wird erwähnt, Ibn Al-Qayyim erwähnt das zum Beispiel in seinem Buch As-Sawa'iq Al-Mursala. Es gibt einen berühmten Koran in Qariq, Muqriq und er war auch Sprachwissenschaftler. Hier ist Abu Amr Ibn Al-Ala. Abu Amr Ibn Al-Ala. Einer der Muqtasilitischen Führer und Köpfe kam zu ihm und sagte, lies doch bitte diesen Vers. Diesen Vers. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَكْلِيمًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَكْلِيمًا Hört euch mal den Vers genau an. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَكْلِيمًا Wenn ich ihn jetzt übersetze, so wie er da steht, mit einem U, mit einer U-Endung auf dem Wort Allah وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَ تَكْلِيمًا Allah hat zu Moses, direkt zu Moses gesprochen. تَكْلِيمًا Wer von euch kennt sich ein wenig mit der arabischen Grammatik aus? Jemand da? تَكْلِيمًا Wenn wir aus dem Wort Allah hier, wo ein U-Vokal drauf ist, Allah, Hu wenn wir daraus ein A-Vokal machen, وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَ تَكْلِيمًا Das hat dann eine, das tauscht die Bedeutung um, das dreht die Positionen um. Das würde dann bedeuten, was würde es bedeuten? Moses sprach zu Allah. Er wollte, dass er das so liest. Er sagte, Ja, Ba'amr ibn al-Ala, du bist ein Qari und du bist ein der Überlieferer des Koran und der Qiraat des Koran liest das doch bitte so. Warum hat er das gesagt? Was hat ihn dazu genötigt, das zu verlangen von ihm? Das ist ein Mu'tazil. Ich habe gesagt, er gehört den Mu'tazil an. Die Mu'tazilä sind der Auffassung, dass Allah Hu ta'ala nicht spricht. Diese Eigenschaft des Sprechens darf ihm nicht zugesprochen werden. Und deswegen, als er vor diesem Vers stand, den man nur sehr schwer uminterpretieren kann, ihn umzuinterpretieren, ist äußerst schwer, hat er sich gedacht, dann drehen wir einfach die Rollen um und dann ist das Problem gelöst. Aber das geht natürlich nicht. Warum? Weil niemand in den in den bekannten Kiraat, ihr wisst, der Koran hat mehrere Kiraat, Leserformen, Leserüberlieferungen, Leservarianten, in keines der Leservarianten, weder in den sieben noch in den zehn, hat das jemand so gelesen. Und deswegen sagt er dann zu ihm, er sagte zu ihm, nimm an, ich würde das tun. Ich lese das so, wie du es möchtest. Was machst du dann mit der Aussage Allah Ta'ala? Und als Musa zu unserer Frist kam, zu unserer Frist, die wir ihm gesetzt haben. Und sein Herr zu ihm sprach. Hier ist es, ich möchte euch nicht erklären, warum, hier ist es grammatikalisch gesehen gar nicht möglich, die Rollen zu vertauschen. Versteht ihr? Und dann hat er geschwiegen, weil er wusste, hier in diesem Vers kann man das Ganze grammatikalisch, wie gesagt, nicht mehr umdrehen. Das ist eine Form des Veränderung des Korans, Veränderung der Worte. Wie gesagt, damit kann niemand lange durchhalten. Selbst wenn Versuche gemacht werden, das wird aufgedeckt. Weil der Koran einfach so penibel genau überliefert worden ist, schriftlich und mündlich, durch den sogenannten Tawatur. Tawatur bedeutet, dass in jeder Generation, jeder Tradenten-Generation, also Überlieferer, solche Unmengen an der Überlieferung des Koranischen Textes beteiligt waren, von Generation zu Generation, mündlich und schriftlich, dass absichtliche oder unabsichtliche Fehler ausgeschlossen sind. Ich gebe dir ein Beispiel, nur mal, damit du es verstehst. Nehmen wir mal an, der Prophet, das ist jetzt nur kein realistisches Beispiel, nur einfach, um das Prinzip zu verstehen. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, ist beispielsweise in dem Hajj, in der Hajj-Ansammlung, in der er war, Hajjatul Wada' nennt man das ja. Hajjatul Wada' das war die Abschiedspilgerung, sozusagen, weil der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, eine kurze Zeit danach gestorben ist. In dieser, in dieser, Hajjah hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, gewisse Predigten gehalten. Richtig? Es waren Dutzende von Menschen anwesend, die das gehört haben, aus verschiedenen Orten, verschiedenen Stämmen und so weiter. Diese Menschen haben dann gewisse Aussagen vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gehört und diese weitergegeben an die nächste Generation. Beispielsweise, nehmen wir mal, es waren 100, nur 100. Diese 100, jeder von denen hat beispielsweise 5 oder 10 oder 20 Leuten, diese Aussage, die er vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gehört hat, wieder weitergegeben. Und diese nächste Generation hatte dann auch wieder ihre Schüler, sie haben diesen Bericht weitergegeben, wieder an 20, 30, 40, 50. Und das ging so weiter, immer in dieser großen Anzahl. Jeder einzelne von ihnen. Und wenn man dann die einzelnen Ketten zusammenführt, jede einzelne Kette sieht man, und das Endprodukt ist immer gleich, das Endprodukt ist, meine ich, ich meine damit die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, immer das Gleiche, dann ist doch rein logisch und faktisch gesehen ausgeschlossen, dass das, dass hier ein Fehler unterlaufen ist, oder? Oder dass hier absichtlich gelogen wurde. Das ist ausgeschlossen. Das nennt man Mutawatir. Nicht alle Überlieferungen sind dieser Art, Mutawatir, aber es gibt einige und der Koran gehört dazu. Diese Form des Tahrif wollen wir also deswegen beiseite legen. Kommen wir zu der anderen Form des Tahrif, der viel öfter vorkommt, viel öfter angewandt wird. Das nennen wir Tahrifu Al-Ma'nawi. Tahrif, Ma'nawi. Veränderung, Vertuschung der Bedeutung des Korans. Der Bedeutung des Al-Qurans. Tayyib. Um dieses Thema zu verstehen, also den Ta'wil, wir kommen wieder zu dem positiven Wort zurück, Ta'wil. Um das zu verstehen, wann eine Umdeutung des Korans, merkt euch das, dass wir den Ta'wil als Umdeutung übersetzen. Wann ist die Umdeutung des Korans etwas Legitimes? Wann ist sie nicht legitim? Und betrifft die Umdeutung nur der Aqidah? Weil wenn man von Ta'wil redet, denken die meisten Menschen, es geht um was? Es geht um die Aqidah, richtig? Oder gibt es den Ta'wil auch beispielsweise in den Rechtsfragen, im Fiqq? Aber um das ganze Konzept zu verstehen, müssen wir Folgendes erstmal begreifen. Und zwar die Klarheit beziehungsweise Unklarheit der Ausdrücke und Aussagen von Texten im Koran oder in der Sunnah. Denn davon, das ist einer der wesentlichen Bestandteile, eines der Hauptthematiken des Usul-i-Fuq sind die Ausdrücke des Korans. Die Ausdrücke des Korans und der Sunnah hinsichtlich ihrer Klarheit oder Unklarheit, was für Arten gibt es da? Und hier ein ganz wichtiger Punkt nochmal nur zur Erinnerung. Wer entscheidet denn, ob ein Text klar oder unklar ist? Wenn ich jetzt eine Übersetzung des Korans lese und dann sage hier, das ist nicht ganz klar, dieser Begriff, das geht nicht. Wir reden hier über die arabischen Ausdrücke, über die arabische, über den arabischen Syntax, über die arabische Lexikografie, nicht über die deutsche Sprache. Also, dieses Thema in der Praxis wendet es nur der Faqih oder der Mufassir oder jemand an, der die Begabung dazu hat, das nötige Werkmittel dazu hat. Jemand, der das nicht hat, der lernt es nur theoretisch, um zu begreifen, was da genau passiert oder was da genau passieren kann und warum es passiert. Da eben. Lasst uns mal die Ausdrücke in drei Kategorien einteilen. Das Ausgesprochene im Koran oder der Sunnah in drei Kategorien. Das machen die Jumhur, die Ahle der Ilm, die Shafi'iyah, die Hanabilah, die Malikiyah. Diese Einteilung ist einfacher. Die Hanafi'iyah haben eine ähnliche Einteilung, die aber etwas komplexer ist. Deswegen beschäftigen wir uns nicht damit. der stärkste Ausdruck im Koran, der stärkste Ausdruck hinsichtlich seiner Klarheit, den nennt man, wie ich vorhin gesagt habe, Nass. Nass bedeutet, wie gesagt, das ist ein Ausdruck, dessen Bedeutung so klar ist, dass keine andere Auslegung, Ta'u'il, möglich ist. Und wenn das nicht möglich ist, dann darf natürlich auch keine Umdeutung stattfinden. Das ist dann ein Spiel, das man treibt mit dem Koran. Und das Urteil derartiger Ausdrücke ist, dass sie angewandt werden müssen, es sei denn, sie werden abrogiert. Es sei denn, sie werden abrogiert. Abrogation ist Aufhebung eines vorherigen Textes durch einen späteren Text. Eines vorherigen Textes durch einen späteren Text. Eines der bekannten Beispiele, bekanntesten Beispiele für die Abrogation, die die einfache Muslime kennen ist, muss jeder von euch kennen. Betrifft das Gebet. Die Abrogation der Qibla. Oder nicht? Wo haben die denn erstmal hingebetet? Das haben sie längere Zeit gemacht, bis es abrogiert worden ist, durch die Aussage Allah Ta'ala. Und wo ihr auch seid, da wendet eure Gesichter Richtung des Al-Masjid Al-Haram. In diesem Vers ist ein ganz wichtiger Fakt, wenn man den betrachtet, ein sehr interessanter Punkt, der betrifft die Sunna. Ist die Sunna eine ausschlaggebende Quelle für die Rechtsfragen oder allgemein die theologischen Fragen im Islam oder nicht? Ihr kennt bestimmt diese Gruppe, die sich Koraniya nennt, Koraniyun nennt sie sich, die Koraniten, die bestreiten, dass die Sunna, die Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, neben dem Koran eine ausschlaggebende Rechtsquelle sind. Dieser Vers oder dieser Fakt mit der Qibla ist ein hochkompliziertes Problem für sie. Das stellt ihre Ansicht in Frage. Also ihre Ansicht, dass die Sunna keine legitime Rechtsquelle ist. Es geht hier nicht darum, explizite Überlieferungen Ahad, Mutawatab. Nein, nein, es geht nicht darum. Sie negieren die Sunna gänzlich, komplett. Sie ist keine Quelle für islamische Angelegenheiten. Abgesehen, dass das, wer das in diesem Ausmaß betreibt, ist ein Kafir. Also nicht wie, es gibt natürlich eine gewisse Mubtadi'a wie die Khawarij, die Mubtazila, die unterscheiden zwischen Mutawatir und Ahad in gewissen Gebieten des Islams. Das ist eine andere Sache. Das ist eine Bida'a für sich. Aber wer die Sunna als komplettes und ganzes negiert und abstreitet, der ist mit Konsens der Ahlilm ein Kafir. Aber es geht darum, dass dieser Fakt mit dem Wechsel der Qibla ein großes Problem für die Koraniten darstellt. Wisst ihr, warum? Hat jemand eine Idee oder nicht? Um das zu begreifen, stellt euch mal eine Frage. die Qibla die Qibla, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam vorher in eine andere Richtung gebetet hat. Hat er das mit einem göttlichen Befehl getan oder hat er das einfach nach Lust und Laune gemacht? Göttlicher Befehl, oder? Alle eins, stimme ich darin oder nicht? Nicht? An was hat er sich gerichtet dabei? Es war nach seinem Prophetentum. Selbst nach der Hijra in Medina, nach der Hijra nach Medina, haben sie noch einige Monate lang Richtung Al-Masjid Al-Aqsa gebetet. Seine Ibadah. Und eine Ibadah, wie sämtliche andere Bedingungen des Gebets basieren, müssen auf Offenbarungen basieren. jetzt stelle ich euch eine weitere Frage. Wo ist der Befehl im Koran, dass er sich, dass er Richtung Qibla beten soll? Richtung Jerusalem. Gibt es das? Das existiert nicht. Das existiert nicht. Es existiert natürlich, es existieren Anspielungen darauf, dass Allah ta'ala seine Qibla wechseln wird. Wir sehen, wie sich deine Augen im Himmel hin- und herwandern. In Ansehnung, Ansehnung, nach Makkah zu beten, nach der Kaaba. Weil sie die erste Moschee ist, die auf der Erde aufgerichtet worden ist. Dies im Hadith von Muslimen überliefert wird. Abu Zar fragte dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte, Ja, Rasulullah, ein Masjid wurde auf der Erde zuallererst aufgerichtet. Er sagte, der Masjid al-Haram aus Makkah. Und danach, er sagte, der Masjid al-Aqsa. Und dann fragte er ihn, wie viel, wie die Zeit spannende dazwischen ist. Er sagt, 40 Jahre. Und dann sagt Allah ta'ala, wir werden dich, wir werden deine Qibla ändern. Wir werden dich in Richtung einer Qibla lenken, zu der du gefallen hast. die Masjid al-Haram. Das heißt, im Koran ist die Rede davon, dass die Qibla geändert worden ist. Von A zu B. Genau wie B mit einem göttlichen Befehl stattgefunden hat, diese Änderung, muss auch A mit einem göttlichen Befehl stattgefunden haben. Aber es gibt keinen Befehl im Koran, der sagt, du sollst Richtung Jerusalem beten. Also muss es eine andere Quelle geben. Für die Muslime. Sagen wir mal, für den Propheten nicht. Nur mal angenommen, für den Propheten nicht. Aber für die Muslime. Oder nicht? Die müssen ja irgendwo wissen, wo sie hinbeten. Und sie haben es zum Propheten. Und dieser Befehl ist nicht im Koran erhellig. Also gab es eine andere Quelle, neben dem Koran, das ist die Sunnah. des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Wir haben also hier einmal den Nass. Das ist der ausdrücklichste Vers. Ausdrückliche, eindeutige Texte. Wie gesagt, was genau dazu gehört oder nicht, das interessiert uns jetzt hier an dieser Stelle nicht. Aber ich gebe euch nur ein Beispiel. Beispiel dafür sind Zahlen. Zahlen. Fa'iddatuhunna Allah Ta'ala sagt über die geschiedenen Frauen. Dieser Vers ist ganz interessant. Aus einem Punkt. Er hat einen, er beinhaltet einen Text, der eindeutig ist, ein Ausdruck, der eindeutig ist, nicht uninterpretierbar ist und gleich nebendran ein Wort, das interpretierbar ist. Allah Ta'ala sagt, und die geschiedenen Frauen sollen mit sich selbst drei, drei ist ein Nass, was heißt das? Das kann nicht vier sein, kann auch nicht fünf sein und auch nicht zwei. Oder nicht? Drei Kuru sollen sie mit sich selbst abwarten. Drei Kuru Was bedeutet das Wort Kuru? Das kann heißen, rein lexikografisch, also wenn man in den Sprachbüchern nachschlägt, sie erwähnen zwei Bedeutungen. Deswegen gibt es auch hier, es gibt hier auch eine Meinungsverschiedenheit unter den Rechtsgelehrten, was genau hier gemeint ist und es haben sich zwei Meinungen entwickelt. Weil das Wort hier ein Polyseem ist. Das Wort Kuru ist ein Polyseem. Polyseeme sind Begriffe, in denen das Wortbild zwar ein und dasselbe ist, aber es kann mehrere Bedeutungen haben. Es gibt es auch in der deutschen Sprache das Wort Bank. Die Bank ist einmal die Bank, auf die wir uns hinsetzen und die Bank ist auch diese Bank, in der wir Geld abheben oder Geld einzahlen. Das nennt man Polyseem. Das Wort Kuru steht einmal für die Menstruation und einmal auch für die Reinheitsphase. Also was ist jetzt die Idda der Frau? Drei Menstruation oder drei Reinheitsphasen? Und deswegen gibt es unter anderem mit dieser Masseele einen Khilaf unter den Ahle Aber keiner hat gesagt vier oder zwei weil das Wort drei ein Nuss ist drei die lebt. Die Wollte ich eine andere Sache erwähnen. Wir haben nicht mehr viel Zeit um das ganze Konzept fertig zu machen. Da wir gerade über geschiedene Frauen gesprochen haben und dann nebenbei zum Abschluss Was ist das Urteil davon einer Frau die sich in ihrer Idda befindet das heißt in ihrer Warteperiode in ihrer Wartezeit Was ist das Urteil davon ihr Heiratsangebote zu machen? Weder die Aussage erlaubt noch die Aussage nicht erlaubt ist korrekt im absoluten Sinne denn es gibt ja Details Es gibt ja geschiedene Frauen die nennen wir das heißt eine Frau die zu einer Periode ist aber immer noch in einem Eheverhältnis sie ist in ihrer Wartezeit meine ich aber immer noch im Eheverhältnis welche ist das? Eine Frau die zum Beispiel einmal oder zweimal geschieden worden ist wenn ein Mann zu seiner Frau sagt du bist geschieden ist das Eheverhältnis damit zu Ende sie befindet sich immer noch im Eheverhältnis solange die Periode die Wartezeit nicht abgestrichen ist so eine Frau darfst du natürlich nicht anwerben für die Ehe weder mit ausdrücklichen Aussagen noch mit Anspielungen weil sie eine Ehefrau ist dann haben wir eine weitere Form das nennt sich Frau die zwar ebenfalls in ihrer Wartezeit ist die aber nicht mehr in einem Eheverhältnis ist weil zum Beispiel der Ehemann gestorben ist oder weil es die dritte Scheidung war da kann sie nicht mal zurück oder diese zwei Frauen jetzt kommen wir nochmal auf diese zwei Frauen darf man sie anwerben für die Heirat diese Frauen darf man nur indirekt durch Anspielungen anwerben es besteht kein Vergehen darin dass ihr Anspielungen auf die Khitbah macht im Kontext dieser Frau Anspielungen heißt wie Ebn Abbas sagte Ebn Abbas sagte Anspielungen bedeutet dass man zu ihr sagt sowas wie dich lässt man sich nicht entgehen oder er sagt ich muss heiraten er sagt es zu ihr aber direkte Anwerbung er sagt ich möchte dich heiraten dafür nicht machen weil sie sagen sie könnte das zum Ansporn nehmen in ihrer Idda zu lügen und zu behaupten ihre Idda sei abgelaufen oder so deswegen soll das nicht getan werden wir machen hier das nächste Mal weiter das Salat Zuhr steht an und da wahnan alhamdulillah rabbil alameen